0 zu 0 in Salmrohr. Ein Punkt, mit dem ihr wahrscheinlich nicht zufrieden seid, oder? Nein, denke ich nicht. Wir waren eigentlich spielbestimmend. Wir hatten auch zwei, drei, vier gute Chancen. Da musst du halt auch einen machen. Dann sieht das anders aus. Wie war es für dich im Spiel? Du sahst dich knapp in einer Stunde, so wie es von außen aus sah, einer Mann-Deckung ausgesetzt. Ja, das kenne ich ja von vorher auch schon. Ich habe mich kein Problem mit. Das ist halt so. Ich habe mich ein oder andere nicht mal gut gelöst. Aber gut, das muss man mit leben. Das haben wir ganz ordentlich gemacht, aber trotzdem haben wir das so gefehlt. Chancen waren da, aber ihr habt euch sehr schwer getan, Lücken zu finden in der massiven Abwehr der Salmrohr, die teilweise gegen den Bayern mit sechs Mann plus dann die Mann-Deckung-Gliedisch operiert haben. Ja, natürlich, klar. Wer den Peter kennt oder Hubeck, ist klar, dass er die Räume eng macht und so. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir haben das phasenweise auch ganz gut gelöst, aber da muss halt das goldene Tor her. Ja, aber gut, dann arbeiten wir weiter ran und dann wird das noch besser. Ja. 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 Ja.